Soll der Staat bei Inflation die Preise deckeln? Diese Frage, die werden wir uns heute hier stellen. Wie ist denn hier der normale Ablauf bei Inflation? Die Preise steigen, die Zentralbanken, also zum Beispiel die Europäische Zentralbank, die erhöht den Zinssatz, den Refinanzierungszins, den Leitzins und irgendwann kommt das hier auch bei uns in der Bevölkerung an und dann haben wir hier überall höhere Zinsen. So, die Frau Isabella Weber, eine führende Ökonomin, berät die Demokraten in den USA, die vielleicht demnächst an die Macht kommen. Die meint also, das wäre der komplett falsche Weg, in diesem Fall bei dieser Inflation, die wir haben, derzeit und in der Vergangenheit. Und der richtige Weg, das ist hier ein Preisdeckel. Also die Preise, die werden einfach hier vom Staat her, vom Gesetz hier gedeckelt. Nicht alle Preise, aber die Preise für systemrelevante Güter. Und das ist jetzt hier die Argumentation von dieser Dame hier. Also hier bei Angebotsschocks, und das müssen wir uns angucken, was ist denn überhaupt hier ein Angebotsschock, was soll das für eine Inflationsart sein? Da ist also der Preisdeckel angesagt, da sind Zinserhöhungen nicht wirksam. Wie gesagt, eine führende Ökonomin hier aus den USA. Auch hier in Deutschland werden ja hier auch ständig irgendwelche Preisdeckel hier diskutiert und Preisbremsen, das ist ja genau dasselbe. Und deswegen müssen wir uns das hier anschauen. Und ich bitte auch hier immer, schön mitzudenken. So, also, das ist jetzt hier erstmal ein herzliches Moin, natürlich, ja. Und ich denke, das ist hier eine relativ unsaubere Argumentation. Und vielleicht weißt du ja da eine Lösung. So, wir müssen zunächst mal ein bisschen Theorie machen, damit wir jetzt hier alle auf Ballhöhe sind, dass wir das theoretische Fundament hier etwas legen. Ganz einfach wird das hier, ja. Das ist hier die bekannte Nachfragekurve, geht von links oben nach rechts unten. Ist der Preis für einen gut hoch, dann wird hier eine relativ geringe Menge nachgefragt, warum? Die Leute haben eben nur begrenztes Geld in der Tasche. Bei hohen Preisen können sie natürlich jetzt nicht so viel kaufen. So, wenn die Preise sinken, bei niedrigen Preisen, dann wird normalerweise eben eine hohe Menge nachgefragt. Warum? Weil nun eben die Leute für das gleiche Geld eben mehr kaufen können. So, die Angebotskurve sieht genau anders aus. Die geht von links unten nach rechts oben. Ist der Preis für einen gut relativ hoch, wird normalerweise eine relativ hohe Menge angeboten von den Unternehmen. Warum ist das so? Auch Unternehmen mit relativ hohen Kosten können zu hohen Preisen hier das gut mit Gewinn produzieren. Und deswegen wird hier eine hohe Menge angeboten von den Unternehmen. Wenn die Preise niedrig sind, dann bekommen immer mehr Unternehmen da Probleme, Kostenprobleme. Und deswegen werden dann hier auch zunehmend geringe Mengen nur noch angeboten. So, wenn man die beiden Geraden übereinander legt, dann kommen wir hier in der Mitte zu einem Schnittpunkt. Und das ist hier der sogenannte Gleichgewichtspreis. Und da ergibt sich eine Gleichgewichtsmenge. Die nachgefragte Menge entspricht hier genau der angebotenen Menge, wie man sieht. So, und jetzt kommen wir zu dem Angebotsschock. Was findet hier statt? Beim Angebotsschock ist es so, dass aus einem bestimmten Grund, also Krieg oder Pandemie, bei uns war das ja hier der Krieg mit der Ukraine, Pandemie war da auch mit dabei, steigen die Kosten für die Unternehmen. Sie erhöhen daraufhin die Preise. Es kommt dann zu einer sogenannten Kost-Push-Inflation. Also hier die gesamte Angebotsgerade verschiebt sich hier nach links. Dann geht der Preis von hier unten nach hier oben. Dann haben wir hier eine neue Gleichgewichtsmenge und eine geringere Gleichgewichtsmenge dann und einen höheren Gleichgewichtspreis. So, nochmal die Definition, damit wir hier alle schön sauber sind, hier bei der Kost-Push-Inflation, Kosten-Inflation, führen äußere Umstände, weder Kriege oder Pandemien etc. zu höheren Produktionskosten der Unternehmen, die wiederum ihre Produktpreise dann anheben. So, nun kommt der Preisdeckel ins Spiel. So, da wird jetzt hier einfach ein Preisdeckel eingezogen für manche Güter, für die systemrelevanten Güter, wird das hier sozusagen diskutiert. Der Staat ordnet per Gesetz einen Preisdeckel an. Beispiel, ein Kilo Beizen darf nicht mehr als 50 Cent kosten. Das wäre zum Beispiel jetzt hier so ein Preisdeckel. Dann haben wir hier die Angebotsmenge, die ist dann hier links. Und die Nachfragemenge, die ist hier rechts, wie man hier sieht in diesem Modell hier. Und hier ergibt sich hier also ein Gap. Es entsteht ein Gap, die angebotene Menge ist niedriger als die nachgefragte Menge. Ja, dann gibt es dann hier gewisse Reaktionen, wie immer die dann auch aussehen. Das ist hier immer fraglich, was da dann genau passiert, wer da was dann macht. Irgendwann wird sich das schon wieder irgendwo hier angleichen. Vielleicht wird auch auf andere Güter ausgewichen, wie auch immer. Das kann man so genau nicht sagen. Das ist jetzt aber auch nicht die große Frage. So, alles klar. So, nun kommt jetzt hier die Analyse. So, was sind denn jetzt hier die üblichen Maßnahmen bei der Inflation? Ja, haben wir ja schon gesagt. Also die Preise steigen und die EZB oder die Zentralbanken erhöhen dann sozusagen den Leitzins, die Refinanzierungszinsen für die Banken. Und irgendwann kommt das dann eben hier auch in der Bevölkerung hier an. So, die Zentralbanken, die wollen unter anderem natürlich, dass der Realzins, dass der positiv bleibt. Ja, also dass die Zinsen höher sind als die Inflation. Das wäre nicht schlecht, ja, weil sonst würde sich das Sparen überhaupt nicht mehr orientieren. Die Zentralbanken wollen unter anderem die privaten Haushalte durch höhere Zinsen zum Sparen bewegen. Ja, also die machen also die Zinsen hoch. Ja, dann wird mehr gespart. Das ist so normalerweise der Reizreaktionsmechanismus. Ja, wenn man mehr spart, kann man weniger konsumieren. Und dann übt das sozusagen einen Druck auf die Preise aus, von unten, also von oben, dass dann eben die Preise dann tendenziell sinken. Die Nachfrage sinkt, ja, wenn der Konsum sinkt, die Nachfrage sinkt, was tendenziell die Preise sinken lässt. So, warum wirken denn höhere Zinsen bei Angebotsschocks kaum? Höhere Zinsen wirken nur bei der sogenannten Demand-Pull-Inflation. Nun, was das genau ist, erkläre ich gleich. In einer Studie im Auftrag des EU-Parlaments fordern sie jetzt eine neue Strategie im Kampf gegen die Inflation. Mehr Preisregulierung, weniger Zinserhöhungen. Warum? Zinssteigerungen dämmen eine Nachfrage getriebene Inflation ein, helfen aber bei Angebotsschocks kaum. In der Studie plädieren wir für wirtschaftspolitischen Katastrophenschutz. Es geht darum, Preisschocks als Folge angebotsseitiger Verknappungen in essentiellen Bereichen, also Energie, Transport, Grundnahrungsmittel, vorzubeugen. Diese Schocks können sich über die Preispolitik der Unternehmen auf die gesamte Volkswirtschaft ausbreiten, auch wenn der Schock nur vorübergehend ist. Höhere Zinsen sind nicht das richtige Mittel, um solche Schocks zu bekämpfen. Also, das ist hier eine wichtige Aussage. Jetzt schauen wir mal kurz hier, was man unter einer Demand-Pull-Inflation versteht. Das ist dann die sogenannte Nachfrage-Inflation. Wir unterscheiden ja drei verschiedene Inflationsarten. Die Nachfrage-Inflation, die Kosten-Inflation und die Geldmengen-Inflation. So, jetzt ist hier die Nachfrage-Inflation. Versteht man einen Preisanstieg, der durch eine steigende Nachfrage verursacht wird. So, wie wirken denn sich höhere Zinsen auf die Investitionen der Unternehmen aus? Das ist auch eine wichtige Frage. Höhere Zinsen bremsen die Investitionstätigkeit der Unternehmen. Sie finanzieren Investitionen meist mit Krediten, die bei steigenden Zinsen natürlich teurer werden. Also, der Zins geht hoch und die Investitionen gehen runter. Okay, nutzen denn die Unternehmen gerne das Argument Inflation, um ihre Preise in die Höhe zu treiben? Fragezeichen davon ist auf jeden Fall auszugehen. Unternehmen sind keine Sozialvereine. Sie gehen oft an die Grenze des Möglichen und nutzen das Argument der Inflation auch dafür, die Preise unangemessen zu erhöhen. Das nennt man dann Preistreiberei. Es handelt sich hier um eine Form von Marktversagen. So, wir haben ja mit Marktversagen zu tun, das ist natürlich nie gut. Für welche Güter werden denn Preisdeckel diskutiert? Die Preisdeckelung ist eine Notfallmaßnahme, wie gesagt. Sie wird überwiegend für systemrelevante Güter, wie Grundnahrungsmittel, Energien, Transport etc. diskutiert. Ein Beispiel für ein systemrelevantes Gut ist zum Beispiel auch Weizen. Das ist ein ganz wichtiges Grundnahrungsmittel. Wenn da der Preis steigt, dann sieht es hier ganz, ganz schlecht aus. Überall steigt der Preis, hat das weitreichende ökonomische und soziale Folgen. Vor allem eben auch dann die sozialen Folgen muss man auch immer bedenken. So, und jetzt kommen wir zu dem Problem, was ich jetzt mit dieser ganzen Sache hier habe. Wie reagieren denn jetzt die Unternehmen auf gedeckelte Preise? Ja, wir haben ja gesehen, normalerweise fahren sie dann ihr Angebot zurück. Aber diese Frau meint eben, das Gegenteil ist der Fall. Und das wollen wir uns mal kurz angucken noch zum Schluss. Wenn bei den Unternehmen die Gewinnspannen je verkauften Produkt sinken, können sie ihren Gewinn, also ihren Gesamtgewinn nur stabil halten, wenn sie dann mehr produzieren und mehr verkaufen. Also, wenn sie geringere Margen haben, dann verkaufen sie einfach mehr Stück und dann kommen sie letztendlich wieder auf den gleichen Gewinn wie vorher. Und das machen sie eben so lange, bis die Kosten hier, die Preise übersteigen. An dem Punkt ist dann natürlich Schluss, weil dann eventiert sich das ganze Produzieren nicht mehr. Also, wie bitte, und da kommt jetzt hier die Nachfrage von der Wirtschaftswoche. Ja, wie bitte, was soll das hier heißen? Niedrige Preise sollen das Angebot erhöhen? Fragezeichen. Die Preisregulierung in den USA im Zweiten Weltkrieg hat gezeigt, drücken niedrigere Preise auf die Gewinnspannen, können die Unternehmen ihre Profite nur schützen, wenn sie mehr Güter herstellen und verkaufen. In den vergangenen Jahren haben die Unternehmen einen Einbruch der Verkaufsmenge hingenommen, weil höhere Preise höhere Profite brachten. Hätten sie ihre Preise nicht steigern können, wären Profite nur durch ein größeres Verkaufsvolumen möglich gewesen. So, diese Argumentation, die wollen wir jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss nochmal durchanalysieren. Das dauert jetzt nur noch ganz kurz hier. Also, das ist das Bild letztendlich, was ich dann hier herausgearbeitet habe. Wir haben hier unsere Nachfrage und das war hier diese gestrichelte, das war das ursprüngliche Angebot. Und dann die graue Linie hier oben, das war dann die natürliche Reaktion, die wir besprochen haben. Und diese Frau meint jetzt, dass jetzt hier die Unternehmen ihr Angebot hier nicht zurücknehmen, sondern dass sie das im Gegenteil hier ausweiten auf diese grüne Linie. Na ja, das ist dann hier das ausgeweitete Angebot, diese grüne Linie. Hier ist nach wie vor der Preisdeckel. Also, der Preisdeckel unterbindet die natürliche Reaktion der Unternehmen, auf steigende Kosten mit höheren Preisen zu antworten. These, solange sich für die Produktion, sich für sie, die Produktion noch lohnt, also für die Unternehmen, werden sie ihre Produktion steigern, um ihren Gewinn stabil zu halten. Das ist also jetzt hier die These von dieser Frau. Und womit ich jetzt ein Problem habe, ist, wir haben ja dann hier eine höhere Angebotsmenge, aber die Nachfragemenge, die ist eben hier geringer, die bleibt ja hier, auf diesem Punkt hier. Das heißt also, es wird hier auf dem Markt viel zu viel angeboten, was dann letztendlich nicht gekauft wird. Wer soll das höhere Angebot kaufen? Das ist eben jetzt hier meine Frage und da bin ich noch so ein bisschen am Rätseln. Und ich würde mal sagen, jetzt bitte ich um deine Mithilfe, ja. Wenn du da eine Lösung hast, was meinst du? Findest du das jetzt irgendwie logisch? Oder findest du das auch, so wie ich, etwas unlogisch? Findest du denn Preisdeckelungen überhaupt gut und sinnvoll? Und schreibe da bitte einen Kommentar, darum würde ich bitten. Und dann würde ich sagen, du hast hier wirklich super durchgehalten. Ja, also Inflation ist eines der schwierigsten Gebiete überhaupt hier in der Volkswirtschaft. Das ist gar nicht einfach. Selbst die Experten wissen da relativ wenig Bescheid, was da zu tun ist. Und dann würde ich sagen, wenn dir das gefallen hat, lass mir doch bitte ein Abo da und gib mir einen Like. Natürlich nur, wenn dir das alles Spaß gemacht hat und wenn das nicht weitergebracht hat. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss, ciao und servus hier aus Hamburg. Goodbye.